Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch zu einem weiteren Let's Play meinerseits Mega Game Freak 17 und zwar heute zu einem komplett extrem simplen Spiel, das schon uralt ist, so was sind jetzt die positiven Punkte daran, ja, für zwischendrin, einfach mal irgendwie witzig. Ich habe gesagt, ich möchte auch gerne mal spielen, die nicht so dauerhaft sind und eigentlich nie enden, sondern auch solches Spiel einfach zwischendrin, komplett simpel, nicht wirklich auch grafisch, schon uralte Spiele, eigentlich ist es selte, vielleicht ist der ein oder andere von euch, ne, Spaß, so alt ist es auch wieder nicht, aber das habe ich echt früher, vor Jahren, Jahren, gerne auch mal zu zwischendrin, einfach gespielt, hat irgendwas ein anderes, ich meine, jedes Spiel wusste nicht unbedingt grafisch top sein, um beliebt zu sein. Minecraft, ne, aber ich kann Minecraft nicht, ganz ehrlich, mag ich nicht, aber ja, wie gesagt, das Spiel, wie heißt es nicht, das Spiel, genau, ich kann nicht davon ausgehen, dass es jeder kennt, und zwar Alias Runner 1, das ist, glaube ich, nicht zwei Versionen auch, aber die, finde ich irgendwie kacke. Und, ja, ich möchte einfach solche Spiele, die ist einfach nur für das eine Mal und nicht dauerhaft letztendrin, irgendwie sinnlos irgendwie, aber das einfach mal so zwischendurch, einfach mal auch solche Spiele, Abwechslung sozusagen, so einen ganzen anderen, was ich mache. Und wenn ihr vielleicht auch jemanden einen Wunsch hättet, welche Spiele einfach so für zwischendrin, einfach mal so ein Part, für sowas, was nicht dauerhaft ist und man nicht mehr weitermachen muss, dass man vorwärtskommt, einfach mal sowas dann auch gerne her, dem Video, man schaut es mal her, langsam fahren, tricky, tricky, und dann gehen hier die Tore auf, und dann, auch da, schwarz hier, der lauert schon. Schwarze, das ist sowieso der Gemeinste, muss man sagen, also, kennt gern Badon, der kennt kein Badon, Typ. So, hier kann man übrigens auch reinfahren und sich tolle Sachen holen, denn, die braucht man. Denn, zum einen gibt es eben hier den Benzin, dieser Benzin-Fuel, ihr seht's, ja, wenn euch der ausgeht, dann habt ihr Pech gehabt, dann steht ihr und seid tot, und zum anderen verwollt ihr blöde andere Typen, blöde andere Autos, das kann sein eigenes, ah, wieso kriegt der keinen Schaden, also jetzt, wenn der mich erwischt, dann kriege ich ein bisschen Schaden, die Menschen müssen wir dann auch hier reparieren, um den Schaden wieder loszuwerden, und wenn ich hier, ja, im roten Bereich bin, weiter im roten Bereich, dann war's das, dann bin ich tot, dann ist ich nicht gut. So, hier langsam runterfahren, es kann auch Schaden geben, und Drift, yes, das war gut. So, weiter geht es langsam hier rüber, nur keinen Stress, jetzt kommt gleich wieder der blöde schwarze hier, das ist der Deska, meinst, ey, ich weiß auch nicht, was die Typen hier wollen, was haben wir, die eigentlich getan? Wie sehr, nein, ist keiner, sehr gut, bin gespannt, echt, wie, wie, weil ich hier komme, langsam, nein, oh, gar nicht schlecht, so, nicht an die Wand fahren, das wäre nicht, ich will hier nicht an die Wand fahren würde, so sehr, jetzt kommt der, ah, fahrt, da ging es nur was, aber es war jetzt schon ziemlich eng, und jetzt kommt dann gleich vor, ah, bist denn du von allen guten Geistern verlassen, Oh mein Gott, das war's, man nimmt mit euch, es hat mich gefreut, Videos gemacht zu haben, oh, ich lebe noch, aber ich hab kein Leben mehr, ich hab, ich lebe noch, aber ich kann Leben mehr, what the fuck, oh, jetzt kommt hier noch, so, oh, 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 bleib ruhig, Junge, eigentlich hab ich nicht, als ich dort, nein, ah, das ist nicht leicht, einmal hier, wie stand dann war's, das ist noch schon wieder, na gut, Versuch 1, geht ein bisschen in die Hose, wer es jetzt, ja, das gibt, äh, wenn wir mit dem muss man das ein oder normal hier sich ran tasten von null auf ohne geht es nicht so einfach ist auch nicht doch keine Schwierigkeitsstufe das uns immer einstellt könnte ich habe versucht man fährt hier mit dem Pfeil tasten muss einfach schauen dass mir sinnlos irgendwo hinfährt weil das Spiel ist erscheint wie das man nicht wer das Ziel kommt sich freut guten was eigentlich in normalen Spielen und sie irgendwo hinkommen gut schauen mal ein jahre Halleluja da kann ich auch fahren ein Bedingungen gekommen habe ich muss ja zweite Runde noch mal fahren weil Auro AFA kommen wir noch eine zweite Runde die Schranke sind die erste Runde noch zu und dann geht es auch so hier ist ein abzehörungsgelassen die Lager gar nichtmals so schlecht wer weg schwarze da kommt er schon wieder fahr um dein Leben junge Mann die sind ja tausendmal schneller sehe ich das muss ich eigentlich habe ich mir auch oft gefragt wenn es spielt wieso muss ich so ein kleiner gelber fahrend sein und die sind alles um richtige Monster wagen ja gut es ist nun mal so jetzt wäre das Spiel zu langweilig so hier ist das Beziehen aber dann muss ich mal abbiegen denn da ist es zu kommt einer selbst und weiter geht's Runde 2 die Wand darf man nicht fahren ihr habt es gesehen das macht ein bisschen Schaden nein lass mich in Ruhe was habe ich dir getan dann so langsam nein das war nichts als genutzt in die Tore auf bin gespannt wie weit ich komme ich über die Tore ich vorher knapp hinaus gekommen dann was zu Ende mal schauen wie weit es jetzt geht übrigens hinten ist auch überall Benzin aber soll ich mir sicher dass wir nur Zeit anspucken und es waren so lang so wie es los oder kenne ich die Tricks die sind schon als etwas wo ich hier oben die Sachen hier zu holen langsam langsam gefühlt über man hat auch geschaut fahr da runter hähää Joe Kuhn hat kann sie nicht auf kann sie nicht auf auf fahrt war ah über ihn drüber das ist gut das ist gut so haben jetzt war gibt Stoff alles hier ah nicht im Baum einwand das war nicht schlecht kommt hier wieder einer oder kommt hier keiner jetzt kommt hier keiner mehr der Fick in die Wand das ist sehr schön und jetzt wieder diese Blöde tun das letzte Mal dass wir durch diesen Tunnel zu fahren müssen im Normalfall wenn ich es weiter schaffe aussehe ich jetzt dann gehe ich wieder drauf auch also habe ich ja drauf so hat es sich ja alle tausend mal schnell Marmini wertig bitte so mit Drift Seder ganz nichts zu machen so und das sei ja schon mal nicht so schlecht aus dann hier drüber zack ich wollte die Wand noch halbwegs geschafft und jetzt kommt hier da war dann kommt der LKW da muss ich hier fahren nein was willst du wow oh mein Gott jetzt bin ich immerhin schon mal hier so weit fahr ich vorhin noch nicht soll ich mir einfach hier mal alle oh der ist ja wow fuck das ist nur Benzin ich brauch was anderes fahr ab hahaha oh man was habe ich dir getan eigentlich ja nein hier muss ich durch ja das war aber verkehrt aber ich hoffe da ist Benzin ist das Benzin oder ist das live ab ja Benzin Benzin das ist gut und jetzt gibt Stoff gibt Stoff gibt Stoff und sich mehr im Wasser zu fahren nein lohnt sich nicht oh man das ist jetzt tausendmal schneller sicherlich Juri Barreise der Blöde schwarze Brüder der drüber Skilboos lohnt sich voll die von ihr würden hier wobei sich schneller oh nein direkt Romano Mano 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 wieviel vor mir eigentlich vierte drei die Schienen ja das sonst wenn man nachmachen da vorne ist nicht weit dann ist auch schon das Spiel aber das Spiel das ist auch schon das Ziel und dann ist das Spiel aus gespielt ja aber jetzt wo sich immer muss ich hin jetzt ist jetzt hier ist und 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 ausgespielt hat was hat aber der Überschlag Wahnsinn jetzt können wir eigentlich verfolgen aber ich hab's geschafft Grupp konkret zu reichen Juhu und gar nicht schlecht hätte ich nicht gedacht dass ich es wirklich schaffe bin stolz auf mich beim 4 41,7 bin gespannt probiert es auch gerne schreibt auch gerne die Kommentare was denn eure Zeit ist wenn es bis zum Ziel geschafft hat also Seite also für zwischendurch ist wenn wenn man sagt gerne mal mit solchen Autospielen spielt sonst dann kann man das Spiel auch mal ganz kurz austesten wie gesagt ist nicht das alte neueste auch grafisch her und von der Realität und was weiß ich alles aber einfach dennoch macht es irgendwie teilweise doch ein bisschen Spaß auch im Grunde das Let's Play zu haben von daher hat es mir Spaß gemacht und damit bis zum nächsten Let's Play noch einen schönen Tag und ja hoffentlich seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei tschau ju tschau Uc